Willkommen endlich mal wieder bei einem neuen Shitty Tutorial mit dem Safety First. Alter, war das ein Zwischelgepäckchen. Das letzte Shitty Tutorial ist ja leider echt lange her. Deswegen fangen wir lieber erstmal mit den Pro Basics an. Wie man trinkt. Wenn es ums Trinken geht, habt ihr sicher schon gehört, dass man mindestens 2 Liter am Tag trinken sollte. Am besten Wasser. Also wenn ihr dann etwas trinkt, achtet besonders darauf, dass ihr möglichst viel auf einmal trinkt. Das sind viele auf einmal. Wie seht ihr Leute? So werdet ihr sehr gesund leben. Das ist das Alter. Du bist doch noch. Ich hab einen Strahl voll in die Nase reingekriegt.